ja hey willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom arz war das lieb einer weg der letzte folge haben wir den tiefen weltraum abgeschlossen und jetzt sind wir vor der letzten welt und zwar immer land und ja auf screen habe ich ein paar sachen gemacht unter anderem zum beispiel hier ich habe aber auch schon zwei in dem ich einfach hier in disney stadt hier diesen komischen flipper automaten nutzer und da geld eingesammelt habe ich habe das ja freigeschalten indem ich weiß nicht 6000 schritte oder zu gegangen bin ja da bin ich einfach hier zum verwunschen reichgang habe einfach so meine runden gedreht so zehn minuten und so und dann habe ich auch bekommen habe ich auch schon hier ein bisschen angefangen aber dauert noch ein bisschen also ja wieder verschoben da wir mal zurück und tun das hier machen ich weiß nicht wie das stadt fühlt ich weiß wie sich das füllt aber ich habe noch nicht die richtige fertigkeit um das beste herauszuholen deswegen warten wir erstmal fertigkeiten ich glaube ich habe erfahrungsläufer ausgestellt ja mich nicht überlevelt werde werden jetzt paar kommando fusionen voll führen voll führen aber ich habe was komisches herausgefunden und zwar wenn man nur ein blocken im inventar hat kann man die anscheinend nicht mit irgendwann verbinden da sind komisch so als dann ein zweites blocken gekauft habe kann ich aus irgendeinem grund jetzt mein stufe drei blocken sogar ihr benutzen hat ausgerüstet ist aber werde ja gleich sehen wenn ich hier weggehe so eine sekunde zwar kann man das mit medica verbinden um lp blocken zu bekommen ich sollte vielleicht ein ding zu nehmen mal nebenbei die ja leuchtig soll nehmen wir euch seine feuerfest geil und lp blocken ist allgemein eine sehr gute fähigkeit weil dann tun wir nämlich jedes mal hp regenerieren wir war ein angriff blocken und geile so feuer für ich bekomme ich glaube ich glaube ich habe gar keinen richtigen angriff hier irgendwie miteinander zu verbinden übrigens was ich da packt wird ja mein lad ein abo oder ein kommentar hinterlassen um den kanal weiter selten das wäre sehr nett ich kann einfach nichts verbinden mit ihm ja wie traut also hat man aber kann ich nichts vernünftiges herstellen aus irgendeinem grund schmetter klinge kommen wir schlagen das grenzsturm okay immer das ist ich war nichts verbinden kann noch mal leuchtigkeit wie ich krieg feuerfest erhellung auch nicht schlecht ich kann irgendwie nicht vernünftiges jahr herstellen so sachen wie trotz kopf also wort kriege ich die alle ja abschluss meister ist nicht das was ich haben wollte nach bieter und sohne und man da dritten zeit bis zwei einsetzen nachdem ist aber auch noch nicht magia ist ausgezeichnet noch mal hier ist ausgezeichnet vielleicht wird komplizierter alles schon mal erledigt abschluss meister schon komplett ist ich glaube ja ein bisschen magie muss ich hier mal hochklappen habe ich das gefühl ein weniger ist glaube ich sofortiger tod eine sehr geringe wahrscheinlichkeit natürlich magia ist jetzt voll das ist nicht schlecht ich habe gar nichts dazu bekommen kann es sein ja magias und so als gut rein ins nimmerland letzte welt vor dem nähe das stimmt nicht kommt ja mal noch was dazwischen aber naja erst mal die welt ich hoffe ich kann danach aus speichern und schon wieder ein kampf bevor wir in der welt irgendwas machen können ernsthaft was soll jetzt machen wenn wir eine welt mit terra betreten muss er erst irgendwas machen wir wollen die aufgefallen streit ein zweiter mit abstand auf screen geholt aber glaube ich nicht nötig für diese welt da hat man ventus war die welt ein bisschen schwieriger als hier reinkommen erst mal scheint hier nicht dafür zu nennen feier einsteht mal alles schieb Stroot sterb nicht ihr sterb vor der ist abkaufen rechte katholische eine abschlusskommando ja auch mehr genau wie eine abschlusskommando ja auffüllt aber nämlich ein paar leute ja ledige kommt dann schon die herr feuer naja ich bekomme nachdem ich hier das früchte ball mini spiel komplett abgeschlossen habt mit allen gegnern und so das feuer das andere gegner verwirrt kann ich auch mal zeigen ich habe mich ansprigend ich gehe mit spiel Diese Schuss, die du siehst, hat das Licht, die von überall herum gesammelt sind. Und ich habe einen Freund, einen Mann, der sicher versucht, es zu sehen. Ein Mann, der nach dem Licht ist. Wenn es nicht Vanitis ist, dann wer? Hey, warum kann ich dir helfen, dass das Licht sicher ist? Vielleicht kannst du mir mehr über diesen Mann, der mit dir beschäftigt. Was ist sein? Ital Pan! Terra musste ich mit jedem Bösewicht hier verbinden, jetzt mal ganz ehrlich. So nehmen wir noch mal, gab es irgendeine Welt, in der er sich mit den Bösewichten zusammengetan hat? Ich überlege gerade. Königin Zwergenland. Ähm, Zwergwald meine ich. Neun Dornröschchen nicht, ne? Neun Dornröschenswälter, dass ich dich mit dem Bösen eingelassen. Meine Güte, ey. Also ich paar Dinger beteiligt, hat sich gelevelt. Ich bin vorhin nicht aufgefallen. Ja, Terra darf nicht so naiv sein, ey. Puff. Oh, schön. Oh, schön. Ich bin doch endlich, King Thomas 2.8 hier liegen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher aufnehmen, als ich... ähm... Ich bin jetzt wieder zurück, ich bin wieder zurück. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher aufnehmen, als dass ich die Parts hochladen werde. Ich weiß auch nicht genau, welche Reihenfolge ich hier hochladen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich erst Rehob Distanz hier zocken muss, oder mir erst einen Film angucken muss, den ich auch hochladen werde. Ja, bin ich... Ja, die 0.2 Story spielen werde, die Nachbar bei Steve spielt. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ich einhalten muss für die Spiele. Aber ich werde auf jeden Fall, ich tue die Reihenfolge, wie ich jetzt spiele, ist auch vollkommen egal, weil ich... hab drehen, ob das nicht schon gespielt und so. Ich weiß schon, wie das Spiel ausgeht und so. Aber für mich macht es ja keinen Unterschied, welche Reihenfolge ich hier... in der Spiele, aber wie ich die hochladen... das weiß ich nicht. Ich möchte schon die richtige Reihenfolge einhalten. Richtig. Oh, das war alles. Ich habe mich das schon da an. Du bist ja das. Ja. Du bist ja noch mal wieder. Einfach aus dem Ton, wenn ich die Füße... auch doch mal gegen einen Schaden... Daher bin ich richtig gut... Oh, ja. Kann man jetzt LP blocken? ja bei einigen optionalen bossen richtig hat sich früher gar nicht als ich dann erst mal gespielt habe ich habe ja nicht so doof ist hier mit den kommandos herstellen muss aus irgendeinem grund zwei blocken im inventar haben damit ich erst eins davon verbinden kann weiß nicht was es damit auf sich hat halt mal ach verdammt ich bin jetzt kaufen ich bin schon wieder zurückgegangen war da ist möglich auch meine büte ja ja medica ich hab mal ja zeit ja ich habe die stadt von serien medica so hat ja gerade sehen medica und blocken geben lp blocken jetzt kann ich aus irgendeinem grund nicht blocken ja benutzen so soll man es noch blocken jetzt oder so irgendwie blocken später noch brauchen andere sachen herzustellen glaube ich jetzt kann ich jetzt kann ich aus irgendeinem grund beide jahr aktivieren was versteht irgendwie nicht verzeuert gift blocken kobe und ist auch noch genau heilkunde und schon näher ist noch nicht wollen ja ich weiß nicht woran liegt das ist irgendwie merkwürdig content zu kennen damit kann man glaube ich ein gegner mit einem schlag töten noch verdunkeln was war da der vitalität auf uns normalen lochen blocken schon mal dinges herstellen ja ich weiß nicht was genau soll aber auch probiert alle ja nicht auszurüsten und so daran liegt aber daran liegt es auch nicht sonst könnte ich aus irgendeinem grund auf einmal andere auch irgendwie fusionieren schauen wir ja schon wieder war nicht so viel schauen wir es ich mache ich nicht so viel schauen wir es hier bin ich schon eine lichtung ja das tut den gegner und schocken schlecht so okay jetzt habe ich noch story mäßig machen muss überhaupt ja da sind wir schon wieder so am leuchten ich weiß nicht wo sich statt auffüllt aber es fühlt sich auf was ist das marie und abwehr gestiegen und verzeichnet in felsen zu 2 dass man hier es gibt ja da ich ja 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 die pause man kriegt doch nicht hier weg da war ja wie jesus was wasser dunkler dunst ist es aber irgendwie schmutzig ja wie sieht es jetzt aus feuersturm lauf und nun kann uns ja wieder und was brauche ich noch mal trotz kopf und also was kann ich mir noch nicht sicher gehen will er gibt auch wieder habe ich doch gerade hergestellt das ist schlecht und man noch mal doch gleich dunst herstellen natürlich aber ich brauche kommen wir haben hier sehr wenig kommt man das beginnig nutzen kann wenn echtes problem ist und trotz kopf habe dreck was allerdings ne ja wochen sich das meine hand so schritte laufen hat hier oder das hier tut sich dafür nicht dabei ist das mit dem ding ist ja auch ich weiß was das hier ist ramus zone donnerschlag also die gleiche farbe oder weil ich auskriegen wieder machen kann zwei laternen nennen oder nicht die laterne im links ganzen ort hier ganzen gegenstände in disney die stadt kapital und sich ramus zorn donnerschlag als stil ab ja ich brauche mich so rein und jetzt geschrien habe ich tue ja irgendwie nur hast fatal ist ja aktivieren habe ich sagt und warum man nicht eigentlich was verteilt ist glaube ich der beste stil haben kann 21 minuten noch mal schon doch mal ich glaube man konnte ich nicht da lang oder wir lassen weg gut da kann ich auch lagen wird wenn es sturm was vertragen ist ich habe doch ein feueres kunst die störe du hast du sie hatten sie aktivieren mini warte sie schon tot auf weichst du hast was ist abwechslung hier einbringen das war weiß viel menü arbeit hier aber was soll man machen ja also ausklick machen ich kann schon wieder kein bieter hochleveln da darf mich ein bisschen ich kann noch vita hochleveln im moment aber zu wenig folge explosion ich kann doch alle kommandos hier on screen herstellen aber auch weil ich klinge marx schädet hat das ist eine sehr gute seite wo man informationen über alle spiele ja haben kann er ist tot da hinten da kommen wir doch locker an gegenbogen sticker habe ich das gedacht du bist ein monster augen kann man auch noch nicht gesehen das war doch das ist jetzt mache ich nur noch so zwei drei parts seien bis wir mit der story fertig sind also statt dem stop von irgendwie klinge max 3 so als vorgesteller box hat überhaupt schon release termin angekündigt ich freue mich so dass sie rauskommt aber ich auch natürlich jetzt werden erster kinder mars spiel als ich bleibe jetzt quatsch das stimmt war nicht die 0.2 story von 2.8 dass wir das erste bleibt kinder mars spiel sein zusammen mit dem film den ich mir angucken werde ich bin schon weil ich wochen bevor ich darüber hochladen aber auch blind sein naja ich kann einfach durch ach ich wusste es aber du bist ein fies ich weiß und sogar dahinten alles klar weil ich war ein spiel zum ersten mal ein klimat spiel zum ersten mal irgendwie spielen wieder green block distance habe ich ja schon für den wieder wir vielleicht sind ja noch geoffrey alter dream of distance habe ich auch für den 3ds schon bezockt leider wieder leider auch nicht bleibt ja 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 das kann sein ja ich würde schon gleich jedes gebiet hinter uns habe sich aus als gelabelt ja 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 das ist jetzt ja ein paar mal die dinge ja vielleicht nicht so eine doofe idee es ist doch irgendetwas bringt da ist nicht unbedingt gut vom boss kämpfe ja was ich hier ausgesucht aber was soll das kann man jetzt nicht wirklich so was man braucht um die post kämpfe zu schaffen lange das gute alte draufhauen noch funktioniert das sowieso bei terra im vordergrund steht attacke gestimmt das hat hier in einer gestorben da oben nicht doch da kann ich es weiter warum kann ich mich manchmal nicht hochkriegen du bist ja da war eine truhe oder nein was zum also viele auch ihr fischer das hat ja feuer ich wollte schon sagen weil der wasser gefeiert ich war von oben nein du musst von unten laufst reingehen aber ich gehe jetzt von oben und kann mich nicht aufhören gehört hallo was so jetzt das ist noch eine schaffung sein wer steht gleich mit 100 prozent okay es 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 süß es Ja, das war's. Sie sind sogar am fliegen? Naja, ein Kampf gegen Peter Pan, warum nicht? Ich kann das nicht ernst nehmen, irgendwie. Ich will das nicht ernst nehmen, ehrlich. Der fliegt so voll gemütlich, wie so blöden Vögel. Das kriegt mich jetzt schon drauf. Oh, ich kann fliegen. Hey, das gibt's doch nicht. So, runter, verdammt. Auch damit, wie so, wie diese blöden Vögel, ey. Na, und da. Nur ein Flusskinder und bringt es ihnen ins Nimmerland. Ja, das macht mich ja völlig, wenn es weitergeht. Naja. Nein. Klingel, genau, alle. Ausgezeichnet. So langsam wie der fliegt, in solchen dem so als Gegner. Und ehrlich. Ja, wie sonst auch immer. Ja. Ich habe dir eine Entschuldigung. Ich habe eine Flusskinder über nichts gemacht. Oh, es war alles gut. Nicht jeden Tag, ich kann mit so einem guten Schwertzmann. Sag, was ist dein Name, irgendwie? Terra. Genau, dann, Terra. Welche Weg ging der Huck? Sie sagten etwas über eine Schüttung-Starr. Schüttung-Starr? Tinkerbell muss sein, in Gefahr. Mann, gucke diese Schüttung mit deinen Leben. Ich kann diese Stimme nicht Diese blöden Stimmen nicht ab von den beiden was wir jetzt bekommen haben genau jetzt aber noch weiter aber wie 5 minuten weg also zwei sekunden weg alles geht wieder drunter und drüber wir sind ja schon wieder los für viele viecher müssen noch ein paar mal von ihnen getroffen werden betrot deshalb löne große anzahl kein problem da gibt es aber für die männer leider wollte ich gar nicht wollte jeder von den sternen verlassen mal karte karl einsätze von kommando brett werden ich habe schon einen stern bekommen daran man kann irgendwie nichts machen was noch mal eine Marino dann ist er zu geben weise das richtig 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 diktik im einschlag weg herr genauer kurzem hat schwert von dem nochmals wollte das mal sehen jetzt die dinge davon aber nein natürlich wieder nicht direkt das monster oh guck go hide fine all's well was that jinkerbell one of peter pan's dearest friends can I take a look So long as I have his precious Pixie-Pan's demise is all but assured. Karma. What's the meaning of this? You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny. And you'll walk the plank for it. That's home. Hooray, we sure shall hook this time. Ah, we, genau. Oh, I'm sorry. Every star up there is another world. Huh? Tara. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ben. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I wanna know now. Schönen alten Zeiten. Also die schon alle vergangen. Hoffentlich nicht, ne? Oh, so much for the pirate treasures. Hm? Did you guys really want the jewels and gold badly? Hm? No, we don't care about that stuff. Uh, but a pen was counting on us. I'll tell you what. Put this stuff that's really special in there. That can be your treasure. Yeah! Real swell idea! Thanks! Kinda makes me wonder. What I'd put in there. Okay. That I started in Disney Tom, come on.